Ja, und damit herzlich willkommen zu Shell Show Clive. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Meine erste Runde in diesem Spiel werde ich für irgendwas reißen können, höchstwahrscheinlich nicht. Was habe ich hier überhaupt am Waffen? Oh Gott, wie geht das alles nochmal? Ja, das fragst du den richtigen. Aber du bist auf jeden Fall... Äh... Das Game-Kämpfer-Mär ist wieder richtig. Ich suche das, ich hab's immer geliebt. Fliege und sieg! Ja, fast getroffen! Ich stehe halt ganz aufregend, den Legings. Ich hab aber fast getroffen, Leute. Ich weiß auch absolut, was ich tue. Oh Gott, das funktioniert nicht. Hm... Ja, das Schöne ist, du bist 45 Level über mir. Das heißt, du hast deutlich mehr Spielerfahrung. Bei mir ist es gerade mal die andere jetzt runter. Ich hab da ein paar Jahre lang nicht mehr gespielt und ich hab auch alles runtergestellt. Uff! Aber treffst du heute nicht besser. Naja, sehe ich. Hier das Game halt wirklich jahrelang nicht mehr geliebt ist. Was ist das Ding da oben? Das ist wie so ein schwarzes Loch. Das kann, wenn du da genau reinschießt, dann wird dein Schuss halt aufgesaugt. Wenn du so ein bisschen am Rand schießt, dann fliegt der so halt nach links oder so. Trifft das? Oh nein, bitte kein Doppel-Damage. Wenn das jetzt trifft, wird doch... Ja, ich treff, glaube ich. Was ist das? Das ist der erste Auto. Ja, ich hab getroffen. Was ist dieses komisches gelbe Ding? Was ist das? Das ist wieder? Äh, was... Da war so ein komisches gelbes Harnrad. Da stand ein Web... Äh, ein Gear. Was macht das? Müsste ich ja selber wissen, was du meinst. Aber ich weiß nicht, was er kriegt. Ja, da war so ein gelbes Harnrad aus dir rausgesprochen. Ach so, das ist... Das sind, glaube ich, wie so... Geld oder so. Das kannst du... Ach, ich weiß nicht mehr. Irgendwas hat das gemacht. Oh, wow. Was ist das? Ja. Oh. Komm, triff dich selbst! Das ist jetzt lustig. Du weißt, dass irgendwas alles hier geflogen. Okay, warte mal. Ich schieße jetzt mal das Ding, was ich hier die ganze Zeit angucke. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, du kannst... Ich weiß nicht, ob ich das auch noch einstellen kann, aber ich glaube schon. Aber du musst halt gleich gucken. Triff, bitte! Ist das ein Sniper-Schuss? Da stand ein Sniper. Nein! Oh Gott. Ich weiß, was das Sniper ist. Deswegen dachte ich, die macht Schaden. Oh, ich glaube, das war zu schwach. Ich glaube, ich hätte nur fünf zur Seite machen sollen. Oh, okay, der war... Okay, der war gut, der war... Ja, okay, der war gut, der war... Ja, okay, der war gut, der war... Ja, okay, der war gut, der war... Okay, der war gut. Da muss ich mal ein bisschen auf die Schulzeit klopfen. Das Spiel ist halt echt geil, so. Das ist halt immer irgendeine abgefuckte Scheiße. Oh, was ist das denn nochmal? Oh, na ja! Fliege, mein Tunneler! Oh nein! Kommt der zurück? Nee, der fliegt... Der fliegt immer durch den Boden und dann kommt er wieder so. So ähnlich. Okay, du bist ja klar, mir die Waffe zu erklären. Bitte, bitte, bitte. Ich weiß aber auch nicht mehr alle. Au! Au! Du kannst auch den Noob dich direkt so hinrichten. Ich habe da speziell eigentlich mehr gespielt. Ich glaube, wir haben mir fast dieselben Bedingungen. Was ist das für eine Waffe? Oh mein Gott, das ist doch nicht das... Okay. Ja, frag mich einfach vorher, was die Waffe ist. Ich dachte, diesmal treff ich. Die Waffe rückrolle, kann ich mir denken, was die macht. Die rollt wahrscheinlich einfach zurück. Richtig. Hast du gesehen, ne? Das müsste jetzt der Abstand sein, der gefehlt hat. Mann! Boah, das war knapp. Ähm. Krieg ne Bonusrunde? Au. Oh Gott, jetzt wird er mich schon niederbrennen. Ja, warte. Mach... Ja. Oh, schönes Feuerchen. Mir wird ganz warm. Hehehe. Dann ist es sehr gut. Ach ja, und dieses Gliedern ist halt, wenn du dagegen bist, die bounce das halt ab. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht... Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich treffe ich. 3, 3! Oh, da ist schon wieder so n Ding aus dir rausgesprungen. Ich hab's einfach eingesammelt. 2, 2, 3. Aber für irgendwas werde gut sein. Ja. Wie hast du jetzt so viel daneben geschossen? Ja, das Ding ist so, präzise halt. Ich muss halt gleich nochmal was an die Einstellung machen. Ich weiß halt nicht nur, ob ich alles richtig eingeschritten habe. Ist das richtig ein Bounce? Ich muss sagen. Da stand Hüpfer. Oh, Gott sei Dank. Er ist aber nur noch links geschrubben. Aber wartet mal, wir haben, glaube ich, dieselben Waffen gerade. Kann das sein? Ich glaube, ja. Oh. Da habe ich irgendwas falsch eingeschritten. Oh mein Gott, das Feuer. Ja. Ja. Okay, dann habe ich ein bisschen was falsch eingeschritten. Weil ich sehe hier auch keine Items, kein gar nichts. Heavy? Ja, ich treffe mich doch selber. Portal? Warte, jetzt mache ich hier... Jetzt mache ich hier... Ich dachte, wir spielen Schellscher-Gott, nicht Portal. Ich habe jetzt hier den MLG-Player. Wetten wir, ich treffe nicht mehr das Portal ein? Hilfe! Scheiße! Ich... Ich gebe dem Ding hier, was ich gerade eben versucht habe, abzuschießen, mal noch die Chance. Komm! Verdammt. Was ist das normal? Der rechte mich jetzt nicht. Ich reiße mich jetzt nicht. Oh, ich habe zu schwach gestossen. Das ist doch der... Ah, das ist das. Oh, das ist ein Berg. Jetzt müssten wir eigentlich neue Waffen zu kriegen. Ja! Was habe ich da gerade bekommen? Waffen. Oh, was sind denn das hier für schöne Granaten? Oh, äh, ach, das hier... Das kenne ich aus dem Tutorial. Ach, geil. Der ist so stark. Den Kater! Ja, da wird Team Hero'sig schon ein bisschen angespannter. Endlich sieht das hier fair aus. Tschüss Leute! Ich glaube der war zu schwach. Ja. Was ist ein Bagger? Willst du nicht wissen Ich glaube, das willst du gar nicht wissen Das interessiert dich überhaupt nicht Wenn du so kommst, dann ist das nur was Negatives dir gegenüber Überhaupt nicht, bitte nicht, bitte nicht Komm Ach Gott sei Ja, ich hab getroffen, ja Ja, ich bin Ciao, ich hab gewonnen Der Noob hat gewonnen Ich hab mal gesagt, ich krieg da so ne Einstellungen hin Ich hab nur irgendwas verpackt als du Und das ist halt das Geile, du kriegst halt hier, wenn du mit mir alleine spielst, XP und so, ne? Guck, du bist Level 2 Entziehen das alle Waffen? Wie ich da jetzt gerade sehe Ich hab gerade eine Blume freigeschaltet, was ist eine Blume? Oder komm, lass erstmal nur gegeneinander machen Ich mach noch die Singleplayer, dann bin ich höher Dann kann ich auch mithalten Tatsächlich mach das Singleplayer 2 nicht mal Oh mein Gott Nicht mal wirklich viel, ach du Scheiße Hier, womit fangen wir, was ist da? Weiß nicht, ich weiß nicht was du hast, aber es wird mich umbringen Ich weiß, es war komplett abgefuckt Monde Okay Hä? Ach stimmt, die fliegen einfach irgendwann in alle Richtungen, ich ändere mich Gubbis! Die sind actually nicht gut Ich hab was gebraucht Wirpfer ne Was ist denn das? Leuchttweiler Ha! Das ist wenig mal zu mir QR Krater aber ich habe jetzt ein schönes Loch gemacht war das eine umgedrehte Versuch von meinem Tunnelort so in der Art Dreck will der mich abfackeln Ja, ein Hit Zwei Hits Ja, aber halt nur nicht ein solches Ding Das ist glaube ich ein TP der da von mir fliegt, ich bin mir nicht sicher Bitte, 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 bitte Beide Wenigstens einmal Aber ich habe jetzt die Bahn die ich brauche Das Ding steht genau in meiner Schussbahn Kann das da bitte weggehen Ich kenne die ganzen Buffen, die du abschießt nicht mal Der da kann ich's tun Dasselbe Ding nochmal Wow Die haben links und rechts von dir ein Loch gemacht Äh, was ist das? Bitte platz mich nicht im Stich Oh Hilfe! Ich kunde halt ein Feuerwerk Aber es ist auch noch Level 1 Das hast du eigentlich auch Also so komisch hätte du es nicht hättest, sagen wir so Weißt du was? Ich will jetzt meine Schussbahn nicht verlieren Trifft Ich weiß nicht, ob das Ding sich immer noch so verhält, wie ich es in Erinnerungen habe Eigentlich schon, oder? Jetzt wirst du es nach unten schießen Ach ja War das eine Banane? War das eine Banane? Ja, das war eine Banane Glänzer! Ich habe genau die Schussbahn Hallo, was bist du denn für ein Hacker? Ich habe keine Ahnung, was du... Olympisches Tontaubenschießen Ich habe keine Ahnung Mach nur einfach, ähm Äh, was? Was? Hilfe! Was? Was war das? Ich habe halt die Schussbahn, ne? Fries meinen Horizont! 40 Damage! Ich hole auf! Blitzi? Ja, Blitzi Blitzdings, wie heißt das? Zipper, ne? Ich habe auch noch mal gebraucht Ich habe auch noch gebraucht Ich habe auch noch gebraucht ein gesicht aua ich mag gar nicht ein ab in den boden mit dir auch wenn ich ihn nicht mehr treffe ja ich auch nicht obwohl doch ich kann noch eintreffen das ist ja cool wenn ich das jetzt hicken würde was ist das schon wieder yin und yang bitte seid dass ich schießen darf ich darf schießen ich weiß dass das stark war bitte 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 ich weiß nicht wie man trifft kannst du es mir beidringen nö ich weiß es selber noch nicht au so scheinbar Taktus es wurde nicht beeinflusst blöd ich versuch was es kann in die Hose gehen das war ein versuch wert du stehst auch für einer wunderschönen Taktus der Regenbogen der geht ja durch den Boden bitte fuck okay ja Dankespiel wiederhole Dankespiel das schockpanzert Ja! Ich hatte drei von denen. Wie ist es so in deinem Loch? Es ist super. Hast du gesehen, dass hier ein schwarzes Loch ist? Ja. Was ist denn die für den Skill Schuss? Das war ganz egal. Ja toll, wie soll ich dich jetzt da unten treffen? Wart mal, ich hab die Idee. Ich hab glaub ich da Tunneler. Sind das da Zweiflungsschüsse? Nicht ganz. Das kann in die Hose gehen. Ja verdammt so weit. Ich hab keine guten Waffen. Ich hab nur den Strom als gute Waffe. Eurgh! 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 Ja! Ich hab' mich selbst abgefackelt, ja! Roundy? Oh, mich ist ein Cockpit ausgesetzt, wie du was wert War das ne Granate? Hüpf zurück! Hüpf zurück! Los, zurück an Abzender! Ich glaube, dass ich das haben will Ich hab' euch gekriegt Da waren so 5 Dinger rausgekommen Magst du Hähnchen? Eigentlich ja, aber ich glaube hier nein Ja, die sind nicht stark Aber das sind Hähnchen Die sind nicht stark und ritten nicht fast Oh leil Ich muss es einfach riskieren Ich könnte sein, dass du da, weil du tot bist Ich bin mir nicht sicher Schnieper! Nein! Warte, ich hoffe, das ist das Item Ja Was ist das denn? Schulter! Also, die müssen jetzt auf jeden Fall einmal abprallen Das heißt, der Schuss beim Merken bringt einem überhaupt nichts 50 Was ist denn das für ein komisches Ding? Ich hab' ein neues Item erhalten, das will ich ausprobieren Ach ne Ach ne, oh go, oh my god Wieso das hat funktioniert Weiß ich nicht Ja, hä? Pfff How? Regen Ja, wie soll das denn funktionieren? Strom! Wie hätte das funktionieren sollen? Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Ja, da seh' ich die Möglichkeit Bitte, sag mir, dass es funktioniert Was war das? Das ist ein Eifer Ja gut, das Game is over Nein, warte, muss er abbrennen Das Leben Hilfe Hilfe Oh, Gott Es geht, Schuss Nein, Es geht, Schuss Was der... F**k ich glaube, das Spiel weh noch nicht, dass ich sterbe ja gut, ich glaube, ich töte mich ganz selber damit ja, ich habe mal gewonnen easy ja, win